So, was gibts denn mir für meine hier? Guck mal, einen Wellenmagierring will ich nicht, kannst du haben. Die Krüße waren auch scheiße weg. Hauptsache, ich hab geholen. So, dann haben wir hier noch eine Kristallkapuze, da haben wir die lieber genommen, ne? Ich geh mir die Kohle nicht mehr raus. Was sind drei Arcane Wächter? Wahrscheinlich die Dinger, die ich hier einsetzen muss, oder? Lass das mal an. Cool, das ist zu teuer. Shit. Ja gut, aber das ist jetzt nicht der letzte Händler, oder? Genau das Richtige. Für jemanden, die dich. Okay. Oh, das ist ja noch teurer. Heiliger Umhang. Wahrscheinlich die ganzen seltenen Produkte. Na gut, aber so viel Gold hab ich noch gar nicht. Weiter, ne. Tja, dann... Nix hier mehr lustig, arschleckenwitzig, ja? Wow. Warte mal. Warte mal, hat der nix? Beheilung? Kann ich... Kann ich auch nicht wechseln, oder? Kann mir eh nix leisten. Ja, aber da kommt der Tränke dahinten. Oh, ich mach die Bude erstmal hier aus so kleinem Holz. Na gut. Hier auch schon die Gegner. Oh, oh. Oh, er hat mich. Oh, die Queen ist gestorben. Was passiert jetzt mit mir? Weil ich krieg immer jemanden... Wenn ich den nicht haben will, was mach ich dann? Ne, darf nicht auswählen. Okay. Ja, Doc. Passiert, passiert. Passiert. Okay. Ähm. Achso, ich muss äffnen. Ich will jetzt übergehen zwischen zwei, äh, zwischen drei Kultisten aus. Guck mal. Dürfen wir gleich auswählen, wenn wir nochmal sterben. Aber ihr kennt das ja, ne? Roguelike oder Roguelite-Games sind ja immer... ...und ist zum Sterben verurteilt. Da war nur diese große Halle, ne? Ja, nicht direkt irgendwas. Oh, oh. Warte mal. Die Höchste. Trage keine Maske. Und? So hässlich, oder was? Arkane und okkulte Formen der Magie sind verdorben und auf eine Art und Weise mit den äußeren Göttern verbunden. Die... Die ungesund ist. Okay. Das hätte man auch noch drunter quetschen können, glaube ich. Ah ja, von hier sind wir gekommen. Oh. Oh. Ja, dann suchen wir nochmal den Ausgang, ne? So. Hier war das Buch. Ask Riley. Sein erster Tod. Gute. Ach Gott. Oh. Müsste auch müde. Was, 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 was? Müde? Ah ja, ich hab jetzt andere Waffen, ne? Oh, man sieht schon, das Game hat sich verändert. Äh, äh, du hast ein Auge. Komm, nein, mal getrunken. Was? Kleiner Augenblick, was hab ich denn gemacht? Stream ist nichts passiert, oder? Ich muss einfach mal gucken, ob das beim nächsten Mal wieder da ist. Ich hab einfach mal komplett rausgenommen mit dem Bildschirm. Geht der Arme rum! Okay, das ist drückig, ey. Ich pack nur 30! Ich hab noch mal gesehen. Ich hab noch mal gesehen. Okay. Ja, aber da drauf komm ich nicht, ne? War aber kein Schaden da, ne? War aber kein Schaden da, ne? Alles mitnehmen was geht. Bin ich echt so leise oder was? Wow. So, jetzt müsste ich lauter sein. Auch das Audio ist leiser geworden. Ich habe gerade irgendwas verstellt im OBS. Egal, beim nächsten Mal sieht das OBS wieder gleich aus. Äh. Oh ja, ich sah lauter. Sehr gut, sehr gut. Ja, da habe ich ihn fest. Warum? Das ging schnell. Okay, wir müssen echt versuchen aus der Entfernung zu kämpfen. Danke, Doktor. Jetzt können wir ausgehen. Feuerball. Danke, Doktor. Fühl deinen Feind in Flammen. Zwei bis drei Feuerschaden. Guck mal, wir nehmen den hier. Thomas Muckisch. 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 Wir sind nicht. So, was haben wir noch hier? Der haut 300. Teurer, teurer. Oh, die haben wir... Ne, die haben wir nicht eingesammelt. Okay. Die anderen Bäume sind nicht frei, also wir können uns im Moment echt nichts leisten. Badisch. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Warum ist Amanda größer? Weil sie nicht so lange durchgehalten hat. Das Spiel war okay. Du warst nun leise. Okay. Oh, jetzt sehe ich das. So. Raus geht's. Um einiges besser war ich. Um einiges besser. Ich hatte eine dicke Erkältung gehabt. Aber jetzt geht er wieder gut. Wo sind die hin? Ach, das... das wäre was. Wer ist dieser Orbi? Der Arschfinger, der gerade sein Todesvorteil unterschrieben hat. Gesplattert hier. Guck mal. Nichts getötet hier. Okay, die Hühner sind jetzt ein bisschen platt, aber... Pass schon. Gräuner, herzlich willkommen. Danke für den 25 BDs. Oh, und einen schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ich kling immer noch verschnuppt. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja noch nicht besser geworden. Oh, geh weg. Weg. Ey, sag mal. Weg hier. Nur was gesagt. So, also die Waffen gefallen mir schon mal besser. Geh hoch. So. Wahrscheinlich nix gebracht, ne? Also es hat schon eine ziemlich geile Optik, das Game. Aber auf jeden Fall geht es schon mal auf dem Weg der Besserung. Mein Gott. Ich sehe mich gerade in die Optik hier. Ja, spucken kann ich hier auch noch. Okay. 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 Ok, da kommen wir nicht weiter. Ah, ne.